Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu The Park und der kleinen schizophrenen Lorraine. Wir haben in der letzten Folge eine kleine Tour hier mit der Achterbahn hingelegt und keine Ahnung wo es jetzt weitergeht. Oh, Flashlight. Die Hexe wartet. Aber wo ist die Hexe? Kommen wir hier überhaupt wieder raus? Callum hat Brüse auf seinen Armen, Fingermarken. Jemand hat ihn verhörtert. Ich habe ihn gefragt, ich habe wirklich gefragt, wo er die Marken bekommen hat. Aber er will nicht mir antworten. Was hat ihn in den Silenz gefördert. Er hat nicht wartet zu sprechen. Er hat auch geändert. Ein bisschen Sinister lurks in der Dunkelheit hinter seinen Augen. Ich sehe ihn auf mich auf gewisse Momenten. In der Nacht, er schreit und schreit und schreit aus words, die ich nicht verstehen kann. Wenn ich ihn versuchte, er schreit und schreit in meine Finger. Ich glaube, er möchte mit mir sprechen. Ich glaube, er möchte mit mir erzählen. Vielleicht ist Lorraine wirklich irgendwie schizophren und hat ihm was. was Schlimmes angetan. Irgendwas Böses, um ihn vor vermeintlich Bösen zu schützen. Weil er einfach nicht ganz frisch in der Birne ist. Und hier sind wir übrigens gekommen. Ich versuche es nochmal kurz die andere Richtung. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall eine Taschenlampe. Am Anfang, da wo diese Fledermäuse rausgekommen sind, am Anfang des Parks. Vielleicht können wir da jetzt reingehen. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Weil da hinten machen wir ja schon den ganzen Weg zurück. Klatschen, ach, das ist auch das Unangenehme an diesen Freizeitparks. Oh, dass man so lange laufen muss. Aber zumindest haben wir hier keine Schlangen, wo wir anstehen müssen. Das ist auch schon mal ganz cool. Wir können direkt rein ins Fahrgeschäft. Wir gehen mal hier unten nämlich weiter. Genau. Rollercoaster haben wir gemacht. Dann schauen wir mal. Wo wir diese Taschenlampe benutzen können. Ganz sicher bin ich mir nämlich nicht. Also mit F funktioniert es schon mal nicht. Vielleicht wird die dann automatisch benutzt. Wir setzen uns ja auch einfach so in diese Fahrgeschäfte. Okay. Ja, wen? Laughing Clowns. Und ein Zeitungsartikel. Cotton Candy Corpse leaves sour taste in Park Gore's mouth. Yesterday evening, visitors to Atlantic Island Park were shocked and horrified by the discovery of a dismembered corpse behind the Cotton Candy Stand. According to the local authorities, the corpse has yet to be identified. However, they have confirmed that the remains appear to be those of a child. Toter Kindskörper wurde gefunden. The corpse was discovered by a group of teenagers from Innsmouth Academy who noticed a pair of ravens tugging at something just out of sight behind the shack. Nathaniel Winder, the owner of Atlantic Island Park, has released the following statement. It is a true tragedy when something like this occurs, especially in a place that was designed to bring forth happiness and joy. The staff of Atlantic Island Park offer their condolences to the family and friends of the victim and will cooperate fully with authorities to help bring this case to rest. The Salman Chronicle will provide daily updates on the story going forward. Uh, mhm. Mord. Der hier passiert es. Wo ist er denn? Irgendwo rein? Alle Buden haben zu. Türen gehen nicht zu öffnen. Cotton Candy. Wir wollen doch die Leiche gefunden. Hier sind auch Blutspuren. Oh. Fuck. Fuck. Und der Clown lacht. Callum? Callum! Wow. Schön. Schön. Das war der Typ im Chipmunk-Kostüm. Alter, hier ist zu. Callum, wo ist er denn? Callum, wo bist du? Lass mich die Hexe nicht... All die Brotgräume. Rotkrum. Sind das hier Kleidungsstücke oder irgendwas? Oh. 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 Blutspuren. Blutspuren. Sind das die Brotkrumen, denen wir folgen sollen? Ich kann dir helfen, Callum. Wo hat sich der Junge nur versteckt? Diese sind meine. Okay. Nimm da so Medikamente. Keine schlechte Idee, Lorraine, in deiner Verfassung. Oh. Oder doch. I can taste your dreams. Not safe. Your mother? Say no to graffiti. Some kids laugh. And some kids cry. But mostly children simply die. All that you love will be carried away. 1980s. Are you better off where four years ago? Reagan 80. Don't believe anything they tell you. Fear the boogeyman. Stop picking your nose then. Oh. Okay. Uh. Die Tabletten, die haben ja mal eine geile Wirkung. Okay. Und da ist wieder unser Freund. Oh. Turn around. Turn around, sagt er. Na gut. Dann werden wir das tun. Was ist das? Weihnachtsbaum? Lauter Teddybären. Da sind die Teddybären. Uh. Callum, wir haben deinen Bären gefunden. Wer fasst den Sohn an? Bellybutton is the signature of your personal creator. Future times. I believe her name was Mama. Every 17th child is a magnet for sinfulness made omniscient by broken fires in the coastal strain. Alter, das ist ziemlich... Das ist ziemlich wirres Zeug. Ziemlich wirres Zeug. Don't leave me here, Callum. What are you scared of? Was? What are you scared of? Ängstlich von diesem ganzen Scheiß. Oh man. Borderline. Ich glaube, die Dosis war wohl zu hoch. Okay. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber gehen. Ich glaube, die Dosis war wohl. Musik. Was ist das? Ich glaube, die Dosis war schon. Die Leidenschaften der Leidenschaften der Leidenschaften Die Leidenschaften der Leidenschaften Die Blut des Leidenschaften Und die Gesichter der Witch Das alles übersteht. Ich habe immer eine Tooth-Grinne und eine Warty-Nose Ich liebe diesen Sparkel in ihren Wetter-Wachtfeln Ich denke, Callum ist für mich. Inside. Komm zurück! Mama, ich bin Angst! Okay, was auch immer unserem Sohn zugeschossen ist Vielleicht hat es auch irgendwas mit einem Autounfall zu tun Weiß es nicht, aber Wir werden uns hineinwagen Zur Hexe Taschenlampe? Okay Ladebildschirm Ein gutes Zeichen? Weiß es nicht Wir werden sehen Auf jeden Fall scheinen wir tiefer vorzudringen Okay Mal sehen Alles klar Ist das das Gruselkabinett? Oh! Da ist wieder unser Parkmaskottchen Der Chipmunk Und etwas zum Lesen Und etwas zum Lesen Atlantic Islet Park Has closed its gates Sorry for that Small minded fools Scared of what they don't understand Aha Und zwar Aus der Stadt Haben das Leute gemacht My machines lie silent And ejected But I am not beaten I have sent My wife and son back to Boston And I have retreated here For the house of horrors Wir sind also im Haus des Horrors Das ist sehr großartig Okay Und was erwartet uns hier für Horror? Da sehe ich doch schon was Aha Spiegelbild Sehr lustig Sehr lustig Sehr lustig Arschloch Okay Das sind alles irgendwelche Monster Das Spiel ist ja auch Irgendeine Einleitung zu irgendeinem MMO Titel Den ich aber nicht kenne Von daher spiele ich das ganze hier Ohne Vor- und Hintergrundkenntnisse Und lass es einfach Auf mich wirken Weg Und da Das Monster hier Hallo Du großes Böses Monster Was zum Lesen Nein Okay Okay Ah Dank des Spiegels Ist uns dieser Horror-Effekt Bisschen entgangen Kein Problem War kein Problem Oh Oh Hier kann jederzeit wieder irgendwas umkippen Oh die Generatoren hier Ach doch, die haben Elektrizitätsproblem Schlecht ausge... Oh, da guckt mal Da ist wieder unser Freund da hinten Zumindest ist ein Schatten von ihm Wo ist denn der denn? Wo ist denn der denn? Da unten? Keine Ahnung Hallo Onkel Ah Wird der hier nochmal Lang gucken Hier ist aber nichts Außer Dass die Taschenlampe ein bisschen flackert Gibt's hier nichts zu sehen Also Gehen wir hier mal weiter Ja Nach unten Oder hier nochmal ganz kurz gucken Ja Toll, mach dich auch nicht schöner das Licht Ah Den Effekt kennen wir schon Gar kein Problem Man kann sich auch verlaufen, ne? Habe ich so das Gefühl Machen wir hier schon? Nein Das ist neu Das Kind ohne Augen Ey, ja Ich glaube Lorraine braucht eher das Kind als das Kind Lorraine Nein Na toll Noch tiefer hinein Geht nichts auf Das ist vielleicht auch besser so Ja, bleib mal zu Und die? Die Tür geht auf Na großartig Werden wir Cullum jemals wiederfinden? Leave me alone Oh Leave me alone Meinen Sie damit Cullum oder Weiß es nicht Nightmare Circus Elbtraumzirkus Ein Zirkus brennt Am Eröffnungsabend komplett ab und tötet Dutzende Der Besitzer wird von ja von einem Mob von Bewohnern da aus der Stadt ja, getötet Und dann schreit er einen Fluch aus Und jetzt ist Raven ein dunkler Seelenwanderer der äh nach seiner verlorenen Mutter sucht in den Ruinen und zwar in der Dämmerung Lass die Show beginnen Das ist doch ein schönes Kinderfoto und mit diesen positiven Eindrücken verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal Ciao, tschüss Dein Lumi